Stickereien für Sinne und Sensoren. So das Motto des diesjährigen internationalen Designpreises Stickstich 014. Die knapp 40 Wettbewerbsbeiträge sind seit dem 27. Februar im Blauner Rathaus ausgestellt. Der Sieger des mit 1.800 Euro dotierten Designpreises wird während einer Galaveranstaltung am 22. März gekürt. Ebenfalls an diesem Abend wird der Gewinner des Bürgerpreises bekannt gegeben. Dazu sind die Blauner bis 14. März aufgefordert, ihre Favoriten zu wählen. Der Stickstich ist Teil der Schau auf Design Blauen 2014. Ein Groß-Event, das auf das unternehmerische Potenzial der hiesigen Region verweist und in den Räumen der ehemaligen Plamag über die Bühne geht.